UNTERTITELUNG Wie sind Sie hier gelandet? Wie meinen Sie das? Die stinkt voll. Hey! Mir wäre wichtig, dass Sie bis zum Konzert am Ende des Schuljahres bei uns bleiben. Ein Lehrerwechsel wäre nicht gut. Ich möchte jetzt anfangen. Geht so etwas friedlicher, bitte? Sie schaffen es nicht mal, sich eine Minute lang zu konzentrieren. Stopp, 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 stopp! Aufhören! Wir können Sie nicht dazu zwingen, etwas zu lernen. Was hast du hier verloren? Ich wollte auch nur die Geige sehen. Warum? Willst du Geige lernen? Ja. Wäre ein Schüler mehr für Sie in Ordnung? Wenn er motiviert ist, klar, warum nicht? Ich wurde gefragt, ob ich für drei Monate mit auf Tournee gehe. Du hast zugesagt, dass du sie bis zum Konzert begleitest. Ich habe mich noch nicht entschieden. Arnold ist begabt. Er ist wie geschaffen für die Musik. Stopp, stopp, stopp! Du drückst viel zu fest. Ihr müsst alles geben. Macht eure Eltern stolz. Eins, zwei, drei, vier, ja! Ist dein Konzert gut gelaufen? Weißt du, ich arbeite momentan mit Kindern. Und das macht mich viel glücklicher. Ich weiß, dass ihr es schafft. Ich zähle auf euch, okay? Bis jetzt! Is der Gewinner? Untertitelung des ZDF, 2020